Hallihallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du ein iPad, ein iPhone oder auch eine Apple Watch dein eigen nennen kannst, dann habe ich einen ganz besonderen Trick für dich auf Lager. Und zwar vor allem dann, wenn du immer und immer wieder die gleichen Dateien, also PDFs oder auch Bilder, Videos schnell zur Verfügung haben möchtest. Und zwar am liebsten mit einem Klick direkt vom Home-Bildschirm. Zum Beispiel hier brauche ich immer wieder mal diese coole kleine Katze. Da drücke ich drauf und habe mir direkt die in der Ansicht. Oder was ich auch immer mal wieder brauche, ist, dass ich hier in der App GoodNotes ein Geodreieck benötige. Ja, und das kann ich mir leider nur als Bild hier einfügen. Damit ich das Bild nicht jedes Mal immer wieder raussuchen muss aus der Bildergalerie, habe ich hier einfach eine kleine Kachel auf dem Home-Bildschirm, tippe da drauf. Dann habe ich es in der Zwischenablage und gehe rein in GoodNotes und setze es hier aus der Zwischenablage entsprechend ein. Ja, auf diesen Trick bin ich selbst nicht gekommen, sondern den habe ich dankeswerterweise von einem meiner YouTube-Zuschauer bekommen in einem Kommentar. Und zwar hat er folgendes geschrieben, der Sebastian GDB, noch einen Tipp. Ich habe das Geodreieck-Bild mit Base64 kodiert und in einen Kurzbefehl eingebettet, der mir auf einen Klick das Bild dekodiert und in die Zwischenablage packt. Diesen als Shortcut auf den Home-Bildschirm gelegt. So hat man das Geodreieck immer zur Hand. So, bevor du jetzt abschaltest und denkst, das ist mir viel zu kompliziert, ich blick das eh nicht. Es ist super einfach. Alles, was wir dazu brauchen, ist die App Kurzbefehle. Und da erstellen wir einfach zwei Kurzbefehle. Ein Kurzbefehl, der macht nichts anderes, als einfach ein Bild entgegenzunehmen, wie zum Beispiel jetzt hier. Das zeige ich hier gerade mal in diesem kleinen Kurzbefehl. Der besteht aus drei Befehlen. Der nimmt hier ein Bild entgegen. Dann wird dieses Bild kodiert in Base64 und am Ende kopieren wir einfach diese Kodierung in die Zwischenablage. Und damit habe ich schon mal quasi die Base64-Kodierung in der Zwischenablage. Und genau diese Zwischenablage füge ich dann in meinen schlussendlichen Kurzbefehl ein, den ich dann auf dem Home-Bildschirm haben möchte. Wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt gerade mal das da hier. Dann habe ich ein Textfeld. Da füge ich einfach diese Kodierung hinein. Ganz egal, wie das aussieht, darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Also das ist einfach nur kodierter Text. Den füge ich da ein. Dann dekodiere ich das Ganze wieder. Heißt, aus diesem ganzen Wirrwarr an Buchstaben und Zahlen entsteht wieder am Ende die Datei, mit welcher wir das Ganze befüttert haben. Und dann lasse ich mir das mit der Vorschau hier entsprechend anzeigen. Das war es auch schon. So. Du merkst, es ist eigentlich gar nicht viel. Ja, und diesen Kurzbefehl, den legen wir uns dann eben auf den Home-Bildschirm. Wie geht das? Wir machen das jetzt mal Schritt für Schritt hier durch. Du legst erstmal einen Kurzbefehl an. Und wir fangen gleich mal an, bevor wir den benennen. Ja, du brauchst eben erstmal zum Beispiel, wenn du ein Foto entgegennehmen willst, dann nimmst du hier den Kurzbefehl Foto wählen. Fotos wählen. Und auf Mehr anzeigen, dann sagst du hier mehrere auswählen. Das letzte Mal deaktiviert, dass du einfach nur ein Foto auswählen kannst. Und dieses Foto wird dann dekodiert. Dann gibst du hier in die Suche Base ein. Base 64 kodieren. Die Einstellung, welche hier standardmäßig schon vorhanden ist, die passt. Unter Mehr anzeigen alle 76 Zeichen ist hier aktiv. So, jetzt haben wir aus dem Bild eine Base 64 Kodierung. Und genau diese Kodierung packen wir uns jetzt in die Zwischenablage. Also in die Suche Zwischenablage eingeben und den Befehl in die Zwischenablage kopieren. Packe ich da rein? Wunderbar. Unter Mehr anzeigen kannst du sagen, dass du die Zwischenablage nur lokal haben möchtest. Bedeutet, wenn ich das in die Zwischenablage packe, dann kann ich das theoretisch auch direkt mit dem iPhone oder mit dem Mac entsprechend auch verwenden. In dem Fall will ich es ja hier auf meinem Gerät haben. Passt. Ja, und dann kann ich diesen Befehl einfach ausführen, beziehungsweise den benenne ich mir jetzt, weil ich möchte ja noch öfters andere Fotos vielleicht damit irgendwie kodieren. Dann nenne ich das jetzt einfach mal Photo to Base 64. Gebe dem Ganzen noch eine Farbe und noch ein Bildchen hier. Wunderbar. So. Fertig. Ja, zum Home-Bildschirm müssen wir das noch nicht hinzufügen, sondern das ist wirklich nur das, was im Hintergrund einmal gemacht werden muss. Fertig. Und dann kann ich das Ganze ausführen, entweder über den Play-Button oder über meine Kurzbefehle. Und dann einfach auf diese Kachel drauf tippen. Und dann wird dieser Kurzbefehl ausgeführt. Es öffnet sich die Bilder an sich. Dann wähle ich meinetwegen ein Bild hier aus. Dann wird daraus unser Code generiert. Und diesen Code müssen wir jetzt in einem zweiten Kurzbefehl schlussendlich wieder verwenden. Dazu einfach nochmal einen zweiten Kurzbefehl hier anlegen. Dann hier in die Suche Text eingeben. Und zwar brauchen wir einfach nur den blanken Text. Und hier fügen wir jetzt das ein, was wir gerade in die Zwischenablage kopiert haben oder eingefügt haben. Das ist so ein Code hier. Der braucht uns nicht weiter zu interessieren. Wichtig ist, dass wir ihn unverändert lassen. Und diesen Code, der ist jetzt als Text hier gespeichert in unserem Kurzbefehl. Das heißt, das Bild könnten wir wieder löschen. Ist ganz egal. Wir haben es ja in Form von dieser Kodierung hier vorhanden. Und diese Kodierung, die machen wir jetzt wieder rückgängig in ein Bild. Wieder Base64-Kodierung verwenden. Und jetzt ganz wichtig, kodieren, umändern in dekodieren. Ja, und dann wollen wir uns das Ganze anzeigen lassen. Hier einfach, wie war der Befehl? Anzeigen. Nein. Ergebnis. Da gibt es Ergebnis in die Suche ein. Ergebnis einblenden. Und das war es auch schon. Und genau diesen dreiteiligen Kurzbefehl, den packen wir uns auf den Home-Bildschirm. Hier oben auf die drei Punkte einfach gehen. Dann benenne ich das Ganze noch. Das wäre dann, ähm... Das war jetzt ein Kommentar. Comment. So. Das lasse ich jetzt alles mal zum Home-Bildschirm hinzufügen. Wenn ich es schon gespeichert habe, dann würde jetzt hier auch Comment entsprechend stehen. Hinzufügen. Fertig. Wunderbar. Und jetzt gehen wir einfach mal auf den Home-Bildschirm. Ja, und da findest du dann deine Kachel. Die kannst du überall hinschieben, wo du es haben möchtest. Wie andere Apps eben auch. Und wenn du dann auf diese Kachel drauf tippst, dann öffnet sich das Bild sofort, welche eben hier als Base64-Codierung hinterlegt ist. Und wenn du auch auf diesen kleinen Hinweis drauf tippst, dann wird das Ganze noch groß. Wenn du das nicht mit Bildern machen möchtest, sondern mit PDFs, kann ja sein, dann... Siri hört zu. Dann musst du hier in deinem ersten Befehl, den du angelegt hast, in Photo to Base64, nicht Fotos wählen, sondern Datei abrufen wählen. Das sieht dann so aus. Pass mal auf. Das habe ich mir hier unten abgespeichert. Unter Dock to Base64. Hier oben, da unterscheidet sich einfach der Kurzbefehl darin, dass ich hier eben eine Datei abrufe. Das findest du unter der Suche. Entweder Datei. Datei abrufen. Diesen Befehl. Und dann wähle ich einfach aus meinem Dateispeicher eine PDF zum Beispiel, welche mir dann angezeigt werden soll. Das wäre zum Beispiel genau dieser Shortcut, wo ich dann meine ganzen Tastaturkürzel hinterlegt habe in einer PDF. Das wäre das da hier. Ja. Geht auch mit Videos oder animierten Kätzchen. Hast du ja vorhin gesehen. Ja, das war es auch schon. So einfach ist, die Base64-Codierung in der Kurzbefehl-App zu verwenden. Und ich hoffe, du hast ein paar Ideen, wo du das sinnvoll anwenden kannst. Ich kann es auf jeden Fall anwenden. Und da werden bestimmt in Zukunft noch mehr dazukommen. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen und auch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch, wenn du keine Videos verpassen willst. Auch zu der App Kurzbefehle, wenn du Fragen hast, unten in die Kommentare reinpacken. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles beenden hier. Fünf Schritte.